Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar wie ihr den Canis Mesa, wie ihr den im Hintergrund seht, komplett blank bekommt ohne die ganzen Anbauteilen. Das ist super einfach das Ganze, das schafft auch wirklich jeder von euch. Leider funktioniert das nur auf dem PC, aber sobald ich eine Möglichkeit finde, wie man das auch auf der Konsole machen kann, dann zeige ich euch das auf jeden Fall auch auf meinem Kanal. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist erstmal euren Task Manager zu öffnen, bevor ihr GTA 5 startet. Wenn er dann geöffnet ist und ihr GTA 5 online betreten habt, dann geht einfach mal unter Warstock, Catch and Carry und geht dann mal runter zu dem Canis Mesa und kauft ihn euch für 87.000 Dollar. Wenn ihr dann gekauft habt, kommt ihr natürlich in das Auswahlmenü von euren Garagen und dort ist es ganz wichtig, in dem Moment, wo ihr X drückt, müsst ihr über Alt und Tabular ganz schnell zurück auf euren Desktop und dort dann über den Task Manager GTA 5 einfach schließen. Sobald es dann geschlossen ist, kommt dann hier diese Meldung und dann einfach erneut starten. Sobald ihr dann im Online-Modus angekommen seid, müsst ihr einfach wieder zurück in eure Garage reingehen, falls ihr nicht schon dort spawnt. Könnt dann ganz normal in das Auto einsteigen, komplett tunen und ja, habt ihr einfach diesen Canis Mesa ohne die ganzen Anbauteilen, was ich extrem geil finde auf jeden Fall. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über, ja, 12 Likes freuen. Wenn ich die heute bekomme, bin ich glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. Ciao, euer Zeddy.